Ja, hallo Leute, von mir gibt es auch mal wieder nach einem Monat mal wieder ein Update. Ich habe mir gestern von Eli Ruth das Mediabook von Hostel geholt. Ein sehr geiler Film, wie ich sagen muss. Aber denke ich mal, kennt bestimmt auch jeder den Film. Ich mache das mal auf. Mit dem Finger lege, ist das ein bisschen schwer. So. 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 haben das aufgemacht das ist das media book von hinten aus hat leider keine limitierungsnummer steht auch nicht auf wie viel die limitiert ist ja uns das mal an hier einmal die blu und hier hinten haben wir die dvd ja das ist doch lecker aus schönes auge rausgeholt wird also ich fand den film gut mir gefallen den ganzen film gibt es ja auch auf youtube allerdings möchte ich dazu sagen die da muss hat nur den ersten und den zweiten film produziert also der dritte der ist nicht mehr von ihnen oder gefällt mir das war's